Was? 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 Ihr habt uns dazu gebracht, danke. Sie haben die Firma dichtgemacht? Das läuft jetzt alles übers Internet. Aber mal ehrlich, ihr seid Dinosaurier. Nick, ich hab's. Google. Du hast für uns einen Job bei Google? Naja, keinen Job. Eher ein Praktikum, worauf sich einen Job ergeben könnte. Willkommen bei Google! Uns erwarten so eine Art geistiger Handler-Games gegen einen Haufen genialer Kids um eine Handvoll Jobs. Ich bin Lyle, einer der Teammanager. Hau drauf! Komm schon, Bruder. Mach's mir mit deiner Faust. Das sagt man auf jeden Fall anders. Rote Keller heißt nein, grüne Keller heißt ja. Mit dem Boss ein Bier trinken. Sagen Sie, wenn Sie mit mir ein kühles Blondes zischen wollen. Ich werde bestimmt kein kühles Blondes mit Ihnen zischen. Und ein Kiffen? Und eine Aufgabe? Findet den Bach. Ihr zweit sich los und findet den Programmierer. Sein Name ist Charles Xavier. Er ist ein Professor. Er sitzt im Rollstuhl. Charles Xavier? Ihr habt mich erwischt. Cyclops, Rogue, ihr seid alle hier. Und nun lass ich euch an meinem Weisheitenthal haben. Oh! Oh mein Gott! Wofür ist so ein Xavier? Es ist ein totales... ... ... ... ... ...